Hehehehe, ehrlich bescheuert. Hauptsache irgendwas umkegeln. Das macht Fun! Müssen wir auch mal ausprobieren. So, mal gucken. Suica, oh Gott. Für Suica bin ich momentan so ein kleiner Kraus. Übrigens, danke, Shadow, dass du mir gezeigt hast, wie man abspannen kann mit Suica bei Tome 12.0 Grad. Kommt grad nicht drauf, was... Punkt 12... äh... 12.5... 3... Schlag nicht tot. Eben der Biet im Abteil. Ich hasse dich. So, wo ist meine Liste? Okay. Shadow hassen. Check. Äh, was steht noch drauf? Milch kaufen, Kaffee kochen, Kornflakes holen und Klopapier. Hm, okay. Ach, heute ist Sonntag. Stimmt. Scheiße, Leben haben geschlossen. Ah, aber ohne Witzweck morgen bin ich aufgewacht. Und, äh, hab mir gedacht, warum ist es so ruhig? Fadern ist auch da, Bruder, ebenfalls. Ich hab die ganze Zeit echt gedacht, wir hätten Montag. Weiß der Teufel, wie es durch drauf kam. Schlimm. Einfach nur schlimm. So, mal gucken. Stirb! Hey, so wörtlich musst du das doch gar nicht nehmen. Komm zurück, ich mochte dich. Nicht. Äh, äh... Äh, 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 äh... So, ha, ha, ha. Danke, danke. So, wir müssen ja allerdings mal gucken, ähm... Wollen wir dann ein bisschen was beleben. So, erstmal den Dicher. Bande. Dann gibt's erstmal noch eine Runde Heile, Heile. Ich bin ja, dass sie frisch und knackig sind. Junges Gemüse. Mhm. Mhm. Oh. Oh, nicht. Oh. Oh. Ja, Mami. Einer meiner absoluten Lieblinge. Hm, schade eigentlich. Ich glaube, ich hab ja in Grund noch eine im Inventar. Ich müsste sie mal wirklich mitnehmen und aufleveln. Also, ja, Mami gehört zu meinen absoluten Favoriten. Nebenran. Ja, ja. Der Fuchs und die Spinne. Irgendwie schon ironisch. Ich mag keine Spinne in meinem Real Life. Aber was ich natürlich mag... Der ist ein Spinnen-Yukai. Seltsam. So, hier fühl ich mich doch richtig heimisch. Was hab ich gefunden? Erdbeben, oder? Ah, Tatsache. Erdbeben. Kann ich das eigentlich jemandem beibringen? Äh, Ticher. Hm. Ticher, Ticher. Was hast denn du ansonsten noch? Ich lass mal gucken. Oblast, Thundershock, Strange, Rocksmash. Äh, würde ich jetzt eigentlich ungern. Ne. Mit Elektro hat sie eigentlich noch richtig gut was in der Hinterhand. Äh. Ach, scheiße. Falsche Taster. Ja. Gut. Äh. Hallo? Hallo? Och, meine Güte. Das ist heute auch ein Theater mit der Tastatur hier. Die macht, was sie will. Ja gut, was heißt hier Tastatur? Gamepad. Ich drück da hin, es drückt woanders hin. Ah, sind wir schon da? Hi. Na? Hallo? Zerweckl. Der Hut grinst mich an. Guck mal da. So, Moment. Epischer Mauszeiger der Gerechtigkeit. Ah, guck mal hier. Der Hut grinst mich an. Ja? Nur für euch ein Mauszeiger. Ja. Oh, Nasepopeln. Hey, weg damit. Ahem. Ihr habt nichts gesehen. La la la. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla. Ich habe ein Ba. Bla bla. Und jetzt will ich kämpfen. Aus Gründen, die es nicht zu erklären gibt. Äh, ja. Und du glaubst es wirklich? Mit dem ollen Vieh kannst du mich aufhalten. Äh, gut. Sehe ich ein. Sanae als Schreinmaid von Kanako und dagegen kann ich mitleben. Aber gegen die Todesense kommst du nicht an. Sag ich doch. War das alles? Das war es. Oh Gott. Eieiei. Und was kommt jetzt? Huh, habe ich Angst. Ne Hina. Was willst du machen? Wir Glück bringen? Hä? Ich mache mal kräftig. Äh, lustig. So, und? Ja. Hat nichts gebracht. Aber was bringt's? Ne. Ne. Könntest du jetzt mal endlich damit aufhören? Ach, das ist doch. Äh. Ach, geht doch. So. Handy wird 60. Drüht. So. Okay, Sovaku ist angepisst. Ja, ähm, der Lastwort Sovaku von das andere Vieh war Lastwort Kanako? Könnte passen. Weiß es gar nicht mehr. Müsste eigentlich. Oh mein Gott, es regnet. Wow. Ja, also ich spule das Ganze mal vor. Also jeder, der die normalen Edition gespielt hat, der dürfte eigentlich wissen, um was es jetzt geht. Die ollen Viecher sind aufgewacht, die Welt lebt im Chaos und wir sollen jetzt das dritte Vieh suchen, was für Gleichstand sorgen soll. Bla. Die Bla, Blub. Habe ich den Typen nicht eigentlich schon vermöbelt? Uh, aber eine Bayer Kuchen. Bayer Kuchen finde ich cool. Meine, guckt euch mal die Haare an. Sie ist ein verdammter Punk. Nee, Spaß beiseite. Ich finde sie lustig. Sie ist ja so der Ersatz hier für Boyengenau, wenn ich es richtig weiß. Also, hier schlüpft ihr aus dem ollen ersten Ei, das wir bekommen von diesen alten Tabakreisten, ja eben eine Bayer Kuren, was in der normalen Version ja dann eigentlich ein Boyengenau ist. Oder? Wie hieß die Vorstufe von Boyengenau? Müsst ihr eigentlich, oder? Äh, ihr könnt mich gern korrigieren. Geiles Willen, wenn ich mir jeden Namen von den ollen Viechern merken müsste, dann wäre ich ja im nächstes Jahr noch nicht fertig. Ich gehöre eh zu der Gartung, wo sich eh nicht alles merkt. Ich spiele es einfach nur Gutes. Und ich glaube, dafür wird mich Andy hassen. Dieser verdammte Suchti. Äh, äh. Hi, Lidi. Ciao, Lidi. Andy, mach deinen Job. Später kannst du mich immer noch hassen. Und? Hadouken! Klapp doch. Also. So, mh, ein schönes Wetterchen haben wir hier. Ach ja, genau. Jetzt könnt ihr übrigens auch sehen. Also die Zufahrt von hierher ist eigentlich direkt bei dieser ollen Insel mit der Raketenbasis. Muss man nur ein bisschen an der Seite suchen. So, und was ich an diesem Spiel zuliebe? Diese imaginäre Wand, die mich davon abhält, irgendwo anders hinzufahren. Ja, bis hierhin und nicht weiter. So. Warum auch immer ich jetzt hier nicht weiterkomme. Ich find's lustig. Ja, ernsthaft? Ich find's lustig. Nicht. Äh. So, flipp. Und. Flipp. Du bist Geschichte. Hm. Hier komm ich nicht durch. Moment, Moment. Da war doch was. Och, Kleinvieh. Habt ihr denn keine Hobbys? Äh, ja. Genau. Sayu City. Wie, auch immer ich da jetzt gerade drauf kommen soll. Das muss ich erstmal überlegen. Hm. Oh, es fängt an zu regnen. Aha, da werden sich aber die Radfahrer freuen. Hehehe. Nein, ich bin nicht gehässig. Wie kommt ihr da rauf? Ich doch nicht. Na, schadenfreude. Kein Stück. Ist ja nicht so, als ob mich die Typen nicht nerven würden. Mit ihrem Rumgeradel. Der ganzen Festilität. Ja, wir sind was Besonderes. Wir können Rad fahren. Und zwar zu 100 Mann. Ja, ja, ja. Ah, ich gönn's den Saftsäcken. Hm. Ah, hört sich das schön an. Es regnet. Hm. Es ist kühl. Es regnet. So stelle ich mir den Sommer vor. Genauso wie den Herbst. Ich gebe es ganz offen zu. Ich bin kein Sommertipp. Also, bäh. Alles ist warm. Ständig schwitzt man. Überall klebt es. Bäh. Also, wenn ich sowas will, dann kann ich auch in die Sauna. gehen. Oder die Heizung andrehen. Ach, weißt du, wenn ich schon mal hier bin. Hallo. Darf ich dich totbrügeln? Shizuha. Haha. Auf dir immer. Hey. Hm. Ach, Shadow habe ich halt noch gar nicht ausgepackt. Das muss hier unbedingt mal sein. Aha. Du Gicke.